Die Deutschen beschweren sich ja gerne über Dauerbaustellen, die ihnen für Monate oder gar Jahre das Leben schwer machen. Da wünscht man sich doch das Organisationstalent der Briten. Innerhalb weniger Stunden wurde dort eine Brücke über der meistbefahrenen Autobahn des Landes dem Erdboden gleichgemacht. Tausend Tonnen Material verschwanden quasi über Nacht und schon am folgenden Morgen war die Autobahn wieder voll befahrbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017